Ja, herzlich willkommen zum Staufen Digital Neonix Videoblog. Mein Name ist Jochen Schlick, ich bin Senior Partner und Mitgründer von Staufen Digital und ich führe Sie durch diesen Videoblog. Ja, heute möchte ich einen Vortrag von Professor Bauernhansl auf der Nexcon aufgreifen. Die Nexcon ist unser erster voll digitaler Kongress zum Thema Smart Factory und Industrie 4.0 im deutschsprachigen Raum und Herr Bauernhansl hat auf dieser Konferenz zehn Gestaltungsregeln für eine Smart Factory aufgestellt. Ja, und die möchte ich hier aufgreifen. Nun, die erste Gestaltungsregel besteht darin, integrieren Sie Produktions- und Logistiksystem. Planen Sie nicht wie im alten Weg ein Produktionssystem und planen Sie die Logistik als notwendiges Übel drumherum, sondern integrieren Sie beides gleich in der Planung. Die zweite Gestaltungsregel, lösen Sie Band und Takt auf. Statt komplette Fließmontage zu machen, machen Sie einzelne Montageschritte, Inselmontagen oder Inselfertigungen und lassen Sie das Logistiksystem, das halbfertige Produkt zu diesen einzelnen Stationen fahren und damit den kompletten Produktionsprozess orchestrieren. Ja, Gestaltungsregel Nummer drei, strukturieren Sie Prozesse und auch Ihre kompletten Strukturen mobil und skalierbar. Machen Sie zum Beispiel einen Mensch, einen kollaborierenden Roboter auf einer mobilen Plattform zum Assistenten Ihrer Werke, indem Sie diese Plattform bei Bedarf zum Werker A stellen und morgen, wenn der Bedarf sich ändert, eben zu Werker B. Gestaltungsregel Nummer vier, machen Sie Ihre Systeme intelligent bis hin zu einem autonomen Verhalten. Wie geht das? Nun, lösen Sie sich von der klassischen Automatisierungstechnik, nutzen Sie die Cloud als Quelle für intelligent. Realisieren Sie so zum Beispiel den vollautonomen Griff in die Kiste durch einen Roboter. Ja, Gestaltungsregel Nummer fünf, machen Sie Ihre Logistikprozesse wertschöpfend. Unternehmen Sie zum Beispiel durch einen Roboterarm Sortiervorgänge während dem Transport oder kommissionieren Sie durch diesen Roboterarm während dem Transport entsprechend vor. Gestaltungsregel Nummer sieben, ersetzen Sie Materialfluss durch Informationsfluss. So, also anstelle von dem Vorhalten von großen Beständen, um auf Marktschwankungen entsprechend reagieren zu können, erfassen Sie Ihre Bestände zielgerichtet und in Echtzeit über Ihre komplette Supply Chain und gleichen Sie die mit entsprechenden Marktgegebenheiten, Marktbedarfen ab und reduzieren Sie somit Ihre Bestände um 50 Prozent. Ja, Gestaltungsregel Nummer sieben, verlagern Sie die Komplexität in Ihren Prozessen dorthin, wo Sie sie am einfachsten handhabbar haben oder wo Sie am besten handhabbar sind. Zum Beispiel in Produktkonfiguratoren, wie das zum Beispiel die Firma Schunk mit ihren Greiferbacken macht, wird die Prozesskomplexität zum Kunden hin verlagert und kommerzialisieren Sie Ihre Komplexität als Tugend, indem Sie Ihre Fertigungsanlagen entsprechend ausrüsten. Gestaltungsregel Nummer acht, nutzen Sie ganz konsequent den digitalen Schatten. Der digitale Schatten ist eine Datenbank und entsprechende Datenstrukturen, die Ihre Produktionsprozesse hinreichend genau abbilden, sodass Sie damit eine Basis schaffen, um Ihre Produktion zu optimieren. Ja, Gestaltungsregel Nummer neun, nutzen Sie ganz konsequent Big Data. Lösen Sie sich von dem alten Paradigma, dass man für jedes Problem den Root Cause, die Grundursache herausfinden muss. Suchen Sie stattdessen positive Muster, also wann läuft Ihre Produktion richtig gut und reproduzieren Sie diese Zustände. Und hier, dann kommen wir zu Gestaltungsregel Nummer zehn, ererdigen Sie Taylor. Lösen Sie sich vom Taylor-Paradigma. Die Rolle des Menschen besteht nicht darin, repetitive Aufgaben ohne nachzudenken auszuführen. Die Rolle des Menschen besteht darin, die Prozesse entsprechend zu gestalten und zu optimieren und seine Kreativität zu nutzen. Nun, wo kommt man hin mit diesen Gestaltungsregeln? Nun, diese Gestaltungsregeln führen letztendlich zu einer Fabrik, die zwischen 30 und 50 Prozent produktiver funktioniert als eine herkömmlich geplante Fabrik. Ich finde, diese Gestaltungsregeln geben eine perfekte Blaupause, um Ihre eigene Smart Factory zu gestalten und deswegen werde ich in den nächsten Wochen die einzelnen Punkte entsprechend aufgreifen und die entsprechend ausarbeiten. Bis dorthin. Ja, viel Spaß mit dem Videoblog und ich freue mich auf die nächste Woche. Ihr Jochen Schlick.